so zweiter teil also wie gesagt little brasil das ist hier die casper das ist ja heute die kirche jahr ja das ist halt die metro da ist ja nichts mehr wir laufen jetzt mal einmal durch die casper durch hier gehen wir auch schon mal was trinken in den dingern habe ich immer früher viel gespielt ja abends ist natürlich mehr der wird gerade angeräumt eine kurze runde durch die casper